Musik Sehr geehrte Damen und Herren! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn ich Sie heute aufmerksam machen möchte, dann ist aber klar, dass auch hier wiederum das Urteil die Flut der speziellen Ausdruckswerte, in denen eine Bewegungsidee sich unterliegt, eindämmen und ordnen muss, wenn wir nicht völlig darin versinken. Es erweist sich als notwendig und gelingt aber nur den eigentlich schöpferischen Epochen, die den Blick vorzüglich auf ein Allgemeinwesentliches konzentrieren können und sich nicht ausschließlich im Speziellen verlieren, gelingt also zum Beispiel unserer Zeit noch nicht. Es erweist sich also als notwendig, die Menge der Einzelheiten wiederum in größeren Komplexen zu sammeln, die sich um gewisse ausgeprägte Stadien gruppieren und diese wieder zu einem eigentlichen System von musikalischen Formulierungen. Die heutige Krise der Musik ist als eine vorläufig letzte Folge der weltabgewandten und ichbezogenen Haltung zu verstehen, in welche die Musiker... Denn mit dem ewigen Gerede von der Krise können wir schließlich auch nicht alle Probleme ihrer Problematik entkleiden und sie beiseite schieben. Bei alledem können wir nicht umhin, eine Überlegung anzustellen. Wiederum vermerken wir, dass diese Getrübtheit, Undurchsichtigkeit oder Unprägnanz der extremen Lagen etwas ist. Unter diesen Umständen bleibt uns nur übrig, zu dem Schluss zu gelangen, den uns der gesunde Menschenverstand von vornherein nahe legt. An der Grenze des Tonbereiches ist unsere Wahrnehmung naturgemäß getrübt. Ich sitze in dem kleinsten Zimmer in meinem Hause. Nun noch ein paar Beispiele zur Charakterisierung der Mannigfaltigkeit der vor modernem Denken eingeschlagenen Wege. Gewiss könnte noch manches weitere erwähnt werden, doch kommt es ja hier nicht darauf an, diese wissenschaftlich mehr geschäftige als produktive Epoche erschöpfend darzustellen. Vor kurzem wurde die Overtüre zu Beethovens Opa Fidelio gegeben und alle parteilosen Musikkänner und Musikfreunde waren darüber vollkommen einig, dass so etwas Unzusammenhängendes nie in der Musik geschrieben worden. Die schneidendsten Modulationen folgen auch nach einer wirklich christlichen Harmonie und einige kleinliche Ideen von eben den unangenehmen betäubenden Eindruck. Das habe ich natürlich in der Zeitung entsprechend zum Ausdruck gebracht. Selbst zwar hat die Krise fast schon überwunden, zu anderes ganz, muss beherrschen Ausdruck musikalischen oder sprachlichen, dennoch Element mimischen, dem neben der, Darsteller dem von das, selbstverständlich ist es. Ist aufzubauen Wirkungen und Voraussetzungen völlig neu auf Produktion, ist somit das, wird Entstehung Gattung neu eine Theater akustisch, in dem mit prinzipiell das sein, klar darüber sich muss man. Begründen ihren Verwendungsmöglichkeiten künstlerische die und rüben Qualität besonders als Bildes, bewegendes Stummheit die gerade Theaters, sprechen denn des Gegners die das, hingewiesen darauf wurde Eingang. Abzusehen nicht noch sind Theaters Instrumentalen des Verwendungsmöglichkeiten, die wieder empfunden unnatürlich als konstruiert als die Resultate notwendigerweise führt, negierend zu überwinden, so teilweise oder Ganzes, versuch jeder und Kontrastwirkend dessen Aufwächsend, so wie in diesem auch teile wissen, die man zu darstellen und künstlerische, die es auch muss, sind Unvermögen, aber Grundwert zu Triebkraft, Innersn und Keim zu dessen Feststand, vorhin entdeckte niemand ein Naturgesetz, über den ewig der Zeit hat er dem Ganzen, Ich zitiere. Wesentlich ist dagegen das Sierstunde in dieser einfachen Symbolik, der grenzsätzliche Gegensatz zwischen Spannung und Spannung zum Ausdruck kommt. Es liegt dahinter nichts weniger als die Kräftfälle der steten Bewegung in der Natur vor Borgon, in dem wir aber alle erkennen können, dass immer auf jeden Zustand der Spannung in Zahlstand der Entspannung folgt und dass aus diesem weder im jenerens brengt. Davon könnte das Leben des Menschen als Gänzeswitz in den Inseln hüten, keine Dach der tägliche Wechsel von Licht, Spannung, die auf Trugung hindringt und von Dunkelhut und Spannung verherrn die sich rechenden Fälle. Von der Bedezimen Wendlingen, die in den letzten Jahren auf die zirrischem Geflogen sind, die wir in sich vorzuhren haben, konnte nur Dugumus achten, die Bedegegnung des technischen Ärzten und Daleswälds, die Bedeutung im höchsten Sinne nicht unkündig bewegen. Die Dokumente genannt sind, aber vom gröbsten Antranasmasar, die antifisivischen Datenstande, den es sich mehr echt nicht an, sagst du Fällen, die an blut und unbezüglichen Säbchen sind, sie muss so dann die versäumte Auseinandersetzung nachholen. Die Bedenken gegen Kompositionen jeder hat. Das bäse Wort, jeder Komponist hält in der Sinne Kilegen für Esel und jeder hat Recht, kennt sich nicht schlägend die Situation. Zitat zu Ende. Die Musik in Europa nach dem zweiten Werkreich, meine verehrten Damen und Hörer, hat sich im weiteren Verlauf oder die textische Vorlage eine bis so eine andere Faktüre als in den jüngeren Zusammenklängen, neben den eimischten Ergebnissen auch fremde Techniken, die mit großer Gewandtheit verwendet werden, die westeuropäisch gerichtet sind, die in der Musikgeschichte zurückblicken, die Überzeugung nicht unterdrücken können, das sich überhaupt in der Musik nie überleben wird, weil die Stimmführung klangliche Resultate wie bei der Mittleren, Schönberg und Ersten wie Wären und vielleicht beim letzten Werk keine konstruktive Gattung der Harmonik schaffen, entwickelt. Die Hauptfrage dieser Werke liegt also im Kontrast zwischen harmonischer und polyphoner Richtung. Dieses künstlerische Argon brachte außerordentliche Resultate, weil, und das können Sie laut sagen, meine und meines Vaters Grundsätze antiramorisch sind. In dieses vorausgestellte Motto lässt er kennen, und in diesem Sinne haben wir es, bei dem das Ohr nach dem Tiefen und das Tiefe nach dem Ohr an seinem Platze ist, dass die neuere Musiktheorie Musikesthetik, es sei denn, man uldige den Physikalismus, so kann man sagen, da der relativ einfachste Ton nicht unten liegt, wie sich eine Abstufung zwischen Begriffsbildung und Musik denken, wie ich die Frage stelle und von welcher Zeit ist sie beantwortet, in dem. Mein vorliegender Bericht kann aus zweierlei Gründen nicht erschöpfend sein. Einmal ab in diejenigen, über die ich sprechen will, die jungen Komponisten, noch nicht ihre letzten Worte gesprochen, sondern sind erst kürzlich mit ihren Werken hervorgetreten. Zum anderen kann ich mich nicht lange bei einzelnen Personen deiner genauen Kennzeichen, Ereignisse und Erscheinungen aufhalten, die die Grundlage für die augenblickliche Lage des musikalischen Schaffens in Europa bilden. Eine solche Charakteristik erfordert eine umfassende Einführung. Ich ziehe es daher vor, nur ein ganz Gedr-r-rring- Drrrr-r-brrrr-r Provost Einige historische Bemerkungen vorauszuschicken, der, unberührt von dem neuen Kunstgefühl, mit wahnem Webern zwandelt. Ein kundinierten Klang, der bei einer akademischen Gemessenheit hat, und die nahestehende Musik und Klinge geht, und sofort darauf, vor einem lebendigen String des Junges String, der europäischen Komponisten zu sprechen. Das Wort Jung fordert hier eine nähere Erklärung. Ich verstehe darunter nicht mit Leidenschaft für alle Bezirke. Welche neue Musik sich einsetzen, neigt in Form und Klang zur Maßlosigkeit, aber der starke, innerlich begründete Ausdruckswille ist unverkennbar, wie an jungen Jahren. Denn einige der eben erst in die Reihe der Komponisten eingetretenen Künstler gehören ihren Jahren nach nicht zur frühen Jugend, die kein Verhältnis zur neuen Musik haben, aber mit extratischer Hingabe und inwurzend neuere Werke musizieren, wie es aphoristische Musik in Bezug auf ihre Anschauungen, Prinzipien und Schaffenskraft ihre Traditionsgebundenheit hinwegtäuschen. Das Nicht-Erreichen gehört auch dazu. Die erste elektrische Pfand mit Erhobung des Menschlichen und seines Ausdrucks. Es wäre ein großes Missverständnis, als man die oben erwähnte schöpferische Einsamkeit der jungen Komponisten, die sich die neuen Stilgrundlagen entwickelt hat. Rauch! Das neue Leben von unerwarteten Hörmöglichkeiten stellt sich auf sich selbst. Eine unsachliche Basis ist erreicht. Den besten Einsatzpunkt für unsere Betrachtung liefert die Tatsache, dass in manchem Falle der Kontakt zwischen Werk und Zuhörer nicht zustande kommt oder aussetzt. Man wird mir nicht zürnen, wenn ich gestehe, dass ich ähnliche Empfindungen oftmals hatte. Intensive Liebe zu den Werken kann sie nicht verscheuchen. Jedoch wir von wegen die endgültigen Verallgemeinerungen noch fern. Zweifellos wird der alte und nutzlose Streit vor Neuem entbrennen. Dies ist ein komplizierter und bei weitem noch unbekannter Prozess. Umso schwieriger ist es, in der Musik einen ideologischen und gegenständlichen Inhalt festzustellen. Eine monistische Auffassung ist weit davon entfernt, die Frage der Wechselbeziehung von Musik und Musik zu verflachen. Und ich möchte noch hinzufügen... Ein bedeutender! Bedeutend, weil... Nicht selten der langjährige Erfolg der musikalischen Werkehörerns dies in demselben Milieu von der qualitativen beimischen Grad dieser allgemeinwürdigen Gefühlsreaktionen unmittelbar hervorrufender Elemente abhängt. Oder anders ausgedrückt... Der Elemente, die der großen Menschenmenge verständlich sind, an die das Gehör gewöhnt ist, auf die es passiv wahrnimmt. Und doch habe ich damals geschrieben... In der Aufsuchung ohne zerreißene Dissonanzen, gequälte, übergängig schneidende Modulationen, widerwärtige Verrenkungen im Melodien des Rhythmus ist der Ganze unermüdlich. Alles, worauf man nur verfallen kann, wird hervorgesucht, um den Effekt mit seiner Auffassung zu erzeugen, Zumal aber die prüheartigsten Tonarten, die unermüdlichsten Leiden der Akkorde, die wiederhabe ich dir zusammenstände, in der Teuf der Finger setzen. Und das ist so, was ich mir nicht vertreten kann, in diesem sogenannten Kommunisten wegen so lange Philippiken halten. Hätte dieser erste Pär, dieser Komposition, einen Meister vorgelegt, würde dies ihm hoffentlich zerrissen, für die Füße geworfen haben, was wir ihm symbolisch tun wollen. Es klang, als wenn eine Herde Ratten langsam zu Tode gepeinigt würde und dazwischen von Zeit zu Zeit eine sterbende Kuh stöhnte. In einer solchen Musik hat die mündliche Tradition, die Improvisation aufgrund einiger beliebter Tonfolgen die Vorherrschaft und die Komplizität der Komposition, die architektonische Gestaltung und schriftliche Kristallisierung wird von dem Interesse an unmittelbarer Reproduktion bei leichter Ausführung beherrscht. Nirgends bestehen so extreme Gegensätzlichkeiten der Ansichten als auf dem Gebiet derjenigen Zeichen und Anweisungen, die unmittelbar der praktisch-klanglichen Ausführung einer Musik dienen. Denn es ist eine solche Musik, deren objektiver Gehalt allein in den Formen ihrer Bewegung ruht, gar nicht wichtig, in welch subjektiven Formen des Klanges sie verwirklicht wird. Der Mutterkomplex ist stärker in der Frau als der Künstlerkomplex. Das erste wesentliche Merkmal in der neuen Lagerung der Einschreit und Veränderung einer musikalischen Sprache beruht immer auf die grundsätzliche Zinnwechslung der Durchsprechung der Bindungen zwischen schilderten Bindungen, wie es dort vor wenigen Jahren tatlicht relativ zu einem Absolut passt. Auch wenn nur eine dieses letzten Schlagwort zur Not wäre in der Instrument der Verständigung, einmal ohne sie auszukommen, ergibt sich daraus die allmähliche Auflösung und später bewusste Durchschneidung der Klänge, ähnliche reiner Wille zur Konzentration, Schlüsselformeln, Einleitungen, Übergänge in engstem inneren Zusammenhang mit der Musik der Zeit. Beiden gemeinsam aber ist der Verzicht auf alle rein formalen Vorgänge, und so werden auch die Komponenten gegenüber angenommen durch gebauten Zunehmende Differenzierung des Ausgewogenheit, was den Fernsehen in den Weg zur neuen Musik noch immer erschwert, wie jene zweite Sinfonie Beethovens, ein krasses Ungeheuer, ein angestochener, dass ich unendlich finde der Impfung, der nicht ersterben will, und selbst verblutend im Finale, noch mit aufgerecktem Schweife wütend um sich schlägt. Ruggela! Ich habe Ihre Kritik vor mir. Diese Bedenken sind ebenso verständlich. Es ist doch ganz natürlich. Aber gerade dieser Vergleich zeigt, wenn nur noch versucht wird, so soll es absichtlich mit möglichst einfachen Worten geschehen. In diesem verhängnisvollen Zeitpunkt geschieht ein unerwartetes Zeichen. Hier erschien jede Verbindung abgerissen. Eine reiche Literatur entstand aus dem offiziellen Musikbetrieb, die sich ihre eigenen Ausdrucksmittel schuf. Lautenbegleitung. Die Zahl würde wohl sehr gering sein, wenn nicht gleich null. Es wäre die Mühe wert, nachzuforschen, in wie vielen anderen Fachzeitschriften diese Zeilen gleichzeitig hinaufsetzen. So sind die häufigsten Entstellungsmerkmale. Willkürliche Retardandi, Herbenum Vibrati, Übervibrati, Dehnung der Verschmelzung, Willkürliche Retardandi, Übervibrati, Starre Wechsel zwischen Fort und Piano, Herbenum Vibrati, Pulliphone Intelligenz, Gefühlselige Crescenti und Imminuendi, Dehnung der Verschmelzung, Willkürliche Retardandi, Überbetonung der Nebenschläge, Willkürliche Retardandi, Herbenum Vibrati, Flirtende Ausschmückung und Willkürliche Retardandi, Mit einem Wort, Verdeutlichung. So ist es tatsächlich bis heute gewesen. Läum Vibrati. ZEUS 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 Untertitelung des ZDF, 2020